hey leute und willkommen zu let's play hero 0 server 20 ja einiges ist passiert ich war lange nicht mehr da und ich dachte mir mal nicht mal wieder ein video machen haben sich viele gewünscht und deswegen mache ich das einfach ja ist jetzt lange her jetzt fast ein monat glaube sogar über einen monat das war einfach ich hatte halt nicht so die lust videos zu machen weil ja ihr wisst was alles passiert ist hat dann auch nicht mehr so viel spaß gemacht und dann hatte ich halt keinen bock videos zu machen aber jetzt machen wir mal wieder was ich habe seitdem wir seit dem letzten video habe ich nicht einmal donuts gekauft ich habe nur noch 230 donuts ich habe mir auch nicht mehr irgendwas gekauft also auch nicht den season pass wie ihr seht weil ich es einfach nicht machen will ich will einfach player da nicht unterstützen deswegen kaufe ich auch einfach nichts mehr könnte aber mal hier wieder was abholen gerade ist die season des wildschweins sieht man hier noch elf tage und ich bin schon relativ weit eigentlich das holen wir mal alles ab ich bin ja schon fast fertig nice die energie nehmen wir auch denn gerade ist die energie con für platz 74 mit 785 und platz eins hat eh über 1000 ja safe kakashi mit 1803 boah richtig krass teams wir sind gerade fünfter viele sind gegangen hatten halt bock ja zu den zwei teams zu gehen die meisten eigentlich weil einfach ja sieht man an den trophäen und wir haben nicht mehr so die schönen trophäen noch zwei trains zwei liga und eine inne aber die zwei haben halt einfach fünf mal die train besser geht es halt nicht ansonsten neues team top gun von marcel also von mad max ansonsten hat sich hier oben nicht so viel getan muss ich sagen ja kuchen und bier ist jetzt platz eins mit langsam abstand also kuchen und bier ist jetzt echt stärker als power is back weil die einfach ja die am underdog schon allein underdog das ist einfach der krasseste jade haben die auch bekommen wenn ich mal so vergleich mal gucken gerade von der ehre ist platz eins blattstein aber von den skills her ist ja nicht platz eins oder ich muss mal kurz gucken ich habe gar nicht geguckt wer die krassesten skills hat mittlerweile 36 1300 hat er mehr als ich ok und underdog hat ja 73.000 mehr underdog hat einfach so viel abstand die skills sind und 73.000 dann hat er ja ist ja gar kein vergleich ja ich muss sagen ich habe auch nicht alles gespielt an train jeden tag ich habe es einfach nicht geschafft wegen dem job arbeit geht vor und energie habe ich auch nicht jeden tag alles geschafft ich habe versucht alles zu spielen aber ging halt leider nicht sommer doppelwoche gucken wir uns mal an 70 prozent habe ich geschafft noch drei tage und dann gibt es einiges an erfahrung stimmt waschmaschine muss ich noch ich muss noch wäsche waschen ich habe ja auch noch zu hause wäsche die muss auch noch in trockener tun aber erstmal waschen wir hier im spiel wir nehmen einfach ja nehmen wir aber mal das hier und waschen müssen perfekt hat sogar noch schade ich habe gedacht das hätte noch ein bisschen mehr kraft im duelle können wir auch noch machen auf jeden fall duelle machen ich habe mittlerweile sauviel kondi was für ein bonus haben wir vom wildschwein da gibt es ja immer ein bonus grundkondition ja kein wunder ist so viel kondi wir machen mal werden stimmt ich könnte hier noch etwas auswählen hatte ich nicht rhein irgendwo die nehmen wir und lösen sie auch direkt ein train sind immer gut welche nehmen wir die hier nämlich ich weiß noch an einem tag da gab es doppelt trains ich glaube ich hatte an dem tag noch 80 trains über aber ich habe die halt nicht spielen können ich habe 80 trains einfach liegen lassen weil es einfach nicht ging an dem tag und das sogar öfter aber naja ist ja nur ein spiel ich versuche alles zu machen was geht kann aber leider nicht alles schaffen warum will ich denn trains ich wollte doch was habe ich denn hier vier ehene heldentaten könnte ich auch einlösen für die con die nächste con ist endlich die skillcon ich warte schon so lange drauf ich habe mittlerweile 357 millionen münzen und meine skills sind gar nicht mal so teuer denke ich war 200.000 185.000 ich werde auf jeden fall habe ich habe hoffentlich nicht den hammer verkaufen den hammer habe ich noch zwei mal den werden wir aber natürlich nur einmal benutzen ich muss ja aber kurz was aufräumen weil ich glaube ich habe hier noch seltene gegenstände die will ich jetzt nicht unbedingt hier drin haben so er wegen server 21 falls es einige wissen wollen also ich habe keine ahnung wann er rauskommt aber ich werde mir zwar einen charakter erstellen aber ich werde da nicht spielen aktiv ich werde da einfach nur einen charakter stellen das war es also aktiv spielen werde ich da nicht weil ein account langt mir vollkommen ich schaffe ich schaffe nicht mal alles auf einmal account wieso soll ich dann zwei spielen und ich habe keine lust dann wieder von vorne anzufangen weil ja dauert halt alles wieder so die nähmaschine hat mir hat auch noch motis und sogar noch energie die werden wir sogar spielen später aber erst mal ins helden versteckt da muss ich nämlich wieder was bauen und das war es noch ein paar angriffe machen die letzten tage waren so warm das war einfach unerträglich also auch wegen der hitze am pc also ich sitze gerade am pc das ist so warm es ist einfach tierisch warm sondereinsätze habe ich auch durch donuts kaufen was gibt es denn so ein angebot großer große sonnenschein box 1050 donuts kaufe ich aber nicht ansonsten den season pass und die arbeitsroboter ok sonst ist hier nichts da schauen wir noch mal bei also ich muss echt sagen kuchen und bier hat echt stark zugelegt das ist jetzt auf jeden fall das top 1 team ja schon allein in den top 10 sind einfach 1 2 3 4 5 6 stück aus kuchen und bier und 1 2 aus powers back wie sieht es denn im in der hero con aus wir sind gerade 6 da wir haben viele verluste erlitten auch viele sind in aktiv geworden muss ich sagen in letzter zeit sehr sehr viele ist auch sehr schwer neue mitglieder zu finden deswegen sind wir gerade 6 da aber power is back ist in der con aktiver als kuchen und bier ja grains brandy meistens sind immer dieselben die ganz oben sind aber von uns sind samo und toralf in den top 10 und ich bin einfach irgendwo hier unten immerhin bin ich in den top 100 das passt bin ich ganz zufrieden muss ich sagen letzte kon war nicht so meine kon die schurken kann ist nun mal meine kon aber ohne donuts und ohne zeit geht das leider nicht liga platz 33 ich guck mal kurz vom level her ich glaube ich bin da nicht so weit oma sogar noch platz 15 habe ich mich einigermaßen gehalten wie sieht es denn in erfahrung aus ist okay also ich nehme jetzt meistens nur diese 20er minuten zeit mission an weil ich einfach das sonst sind alles pack vor allem ich gehe auch jetzt öfter raus also im sommer allgemein habe ich einfach keinen bock vom pc zu hocken und deswegen bin ich öfter weg und dazu kommt es auch noch dass ich meine ausbildung jetzt beendet habe auch wenn manche wissen das wahrscheinlich schon und ich habe jetzt richtig angefangen zu arbeiten also richtig richtig und ich kann auch nicht unter der arbeit also in der arbeitszeit am handy sein weil da bin ich abgelenkt das wird nichts bringen deswegen kann ich halt erst ab 16 uhr anfangen zu spielen beziehungsweise 17 uhr und habe ich auch keinen bock dann meinen restlichen tag nur hero zero zu zocken aber ich zock hero zero das ist ein spiel das kann man einfach mal spielen man muss nicht immer alles spielen also ich spiele jetzt auch nicht immer alles in letzter zeit ja wollte ich nur gesagt haben und falls ihr die beschreibung gelesen habt müsst euch angucken die filme sind mega gut mission dauert noch ich habe ich weiß nicht wie lange das video jetzt ist nicht mal zehn minuten aber ich würde jetzt schon so hart als einfach viel zu warm ist auch ja okay ich habe den ventilator extra ausgemacht weil man das sonst im mikrofon wahrscheinlich hört ist sonst zu laut deswegen ist es auch ein bisschen wärmer so workout kann ich nicht mehr machen falls sie mir schreiben wollt schreibt mir am besten in hz also nicht mehr die über discord schreiben weil ich bin eigentlich fast nicht mehr am pc ich bin einmal in der woche vielleicht am pc und das auch nur für 12 stunden nicht mal also momentan ich war die letzten zwei wochen eine stunde am pc und das auch nur weil ich karten gekauft habt vor europa park übernächste woche gehe ich zum europa park das wird richtig nice ansonsten ja also aktiv bin ich nicht mehr so viel aber ab und zu kann ich mal ein video machen wenn es nicht zu warm ist also heute geht sogar noch heute ist es relativ angenehm im gegensatz zu den letzten tagen muss immer über 30 grad war das war ja es ging ja gar nichts das war viel zu warm vor allem wenn man im büro arbeitet und keine klima hat hölle ich sag's euch hölle am besten einfach frei nehmen und irgendwo an den see gehen und dann einfach nichts tun einfach nichts tun in der hitze einfach ins wasser rein und nichts tun das ist einmal das beste leben so ich war mal noch mal neue war ja ich würde sagen dass dank freut ich wollte nur euch auf den neuesten stand bringen man kommt das nächste video mal schauen wie das hier erstmal ankommt falls überhaupt noch sehen wollt ansonsten denke ich vielleicht nächste woche also ich versuche einmal wöchentlichen video jetzt zu bringen ich kann es nicht versprechen weil vielleicht bin ich ja weg oder wo auch immer ich habe auch am ab dem sechsten zwannigsten habe ich urlaub da kann ich bestimmten video oder zwei machen falls ihr bock habt ja ansonsten mache ich jetzt noch diese mission hier und wir nehmen einfach die hier einfach mission leben egal welche soll ich würde sagen das langt euch noch ein schönes wochenende und haut rein